youtube herzlich willkommen zurück fallout 76 folge numero 26 wir alle schwitzen wie die weltmeister in deutschland das ist halt so das macht total spaß und wenn man dann noch in der dachgeschosswohnung lebt mit drei menschen insgesamt und dann noch die technik an macht drei bildschirme playstation pc etc ihr wisst was ich meine dann geht es richtig scharf aber einfach nicht meckern genießen schön dass wir alles streamen können und schön dass wir auch strom haben und schön dass wir überhaupt eine wohnung haben danke für den link shelly dankeschön in dem sinne schön dass ihr wieder eingeschaltet habt wir machen weiter in fallout 76 und machen jetzt irgendeine mission für die responder in widespring aber quasi wie geht es dir denn so frisch und nur mit ganz wenig strahlung so fresh und so clean jetzt kann ich nicht rennen bin ich überladen das habe ich ein schönes mit es mir koch toll wir können immer zusätzlich es ist unterwegs wir müssen der ordnung aha das riverside anwesen ist radar kommen näher okay interessant willkommen dr harrison das vox dolmetscher programm ist nun aktiv warten sie bitte auf die heutigen datenzuweisungen gültige vox dolmetscher bänke geladen achten sie darauf den mindestübertragungsabstand zum pfeil einzuhalten während sie die erforderliche menge an vox daten der jeweiligen probe sammeln viel glück da 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 das ende war aber eigentlich ganz cool gerade mit der sonne wo ist das hin die panda die panda ist schon am raiden hörst du schon wieder auf panda wie war es denn in ford night hey jordan hallöchen matze moins hallöchen kizune emilia einen wunderschönen guten abend hier scheint schon die ganze und mpp michael hallo auch an dich sei gegrüßt panda vielen lieben dank für dein raid habe ich gesagt log alter ist die wärme vielen lieben dank natürlich für dein raid dankeschön ja muss leider guten abend aber an deine ganze community schön dass ihr da seid hallo flauschmami guten abend fortnight war heute super und vor allem die phasmo map eine phasmo phobia map aha maxi moin dann würde ich sagen wenn du musst panda vielen lieben dank nochmal für dein raid dankeschön dass du mir deine leute anvertraust und versuche dich irgendwie runter zu kühlen falls du am schwitzen bist so wie ich jordan wie geht's und michael ja du sagst es man muss jede sonnenstrahlen genießen es ist mal geil wenn es warm ist bin auch im dachgeschoss kenne ich es so gut mir geht es gut bin frisch aus dem urlaub wo es nur geregnet hat wir hatten extra das quad mit war nur regen gestanden war traurig aber halb so ja okay ja das kann man halt nie wissen alter alter dann war Das ist auch schon wieder sechs Monate, ne? Wir können immer zusätzliche Hilfe gebrauchen. Ein halbes Jahr. Ground Dumpfer, danke dir für ein halbes Jahr Treue schon wieder. Da ist er. Danke dir. Sicherheitseinsatz läuft. Ich hab gehört, was in Morgentown passiert ist. Dankeschön. Ist lange her, ich weiß. Trotzdem bin ich froh, dass man mich an einen sicheren Ort geschickt hat und nicht. Du weißt schon. Gut und selbst auch gut, Michael, auch gut. Warm und selbst. Ja, genau, ne Phasmu-Map. Krass. Warte mal, hast du noch geschrieben? Such bei Fortnite mal Phantom Investigation. Ist ne witzige Alternative, wenn man das normale Phasmu nicht spielt. Okay. So schnell ist ein halbes Jahr rum. Lurg und einen schönen Abend. Schönen Stream noch. Dankeschön, Panda. Vielen lieben Dank. Wünsche ich dir auch. Wünschen wir dir auch. Danke, danke. Bitte immer wieder gern. Danke dir, Ground Dumpfer. So, wir sind wieder in Fallout 76. Ich will das endlich mal fertig machen. Also zumindest die Hauptstorys. Ich hab doch hier gerade so ein cooles Perk bekommen. Wo ist denn das schon wieder hin? Hä? Weißt du, ich kann nicht mal Fenster aufmachen wegen meinen Nachbarn, Ventilator ist volle Pulle Also Kasi, wir brauchen zum Beispiel das Fenster noch nicht aufmachen weil einfach es würde nur warme Luft reinkommen Ach hier, ne Ey, ich sage mal Hier, das hier Ne Das hier Danke für deinen Lork, Shelly und Maxi Dankeschön, viel Spaß euch bei Cod Ein Cod Hab ich das noch nicht auf Max? Doch Ähm Das Wort Spring bleibt sicher Toll, dass wir einen Vertibird haben Das ist mal ein Schritt in die richtige Richtung Roboter, Butler? Ist das hier etwa ein Verlass? Manchmal muss man seine Karten einfach annehmen und lernen das Beste daraus zu machen Sprachenlernen, Bubble So sieht's aus, ganz genau So, wieso kann ich jetzt schon wieder in die Rennen? Was hab ich denn jetzt schon wieder für einen Much mit hier? Much Rede nicht mit dieser Person aus Crater Das ist ein ziemlich fieser Haufen da Aber nachts Macht man ja auf Tags ist zu Und Rollo Deckenventilator Auf Klima gestellt Und dann geht's schon Aber abends Wenn ich schlafen will Ja, da ist es gut wegen Sauerstoff Das stimmt Yes Hui Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass ich jetzt so hoch springe Alles wieder vom Huhns bekommen hier Wenn jemand in Appalachia Schwierigkeiten hat Bonjour Ich bin Esmee Rousseau Aber die meisten hier kennen mich als Köchin Esmee Vertreter aus Foundation und Crater haben uns um Unterstützung gebeten Da es in letzter Zeit so viele Flüchtlinge gab Ich dachte mir, wir können ihnen helfen, indem wir ihnen Essen für ihre Leute geben Ich habe mit einem Wildfleisch-Tato-Eintopf begonnen Meiner neuesten Kreation Könntest du mir dabei zur Hand gehen? Nein Wunderbar Ich kann es kaum erwarten, für alle was Leckeres zu kochen Für den Eintopf brauchen wir Tatoes Wildfleisch, schwarzen Pfeffer und Karotten Du findest alles in unserem Lagerbereich Du musst die Zutaten holen und in den Eintopf geben, bevor er anbrennt Nono Super Fangen wir damit an, dass du den Eintopf umrührst, damit er nicht anbrennt Vergiss nicht, während des Kochens ständig zu rühren Sieht richtig lecker aus Na dann gehen wir es mal besorgen, wo ist denn euer Lager? Ich mache mal kurz die andere Mission aus Da können wir jetzt mal gucken, wo ist hier das Lager? Hier Und Pfeffer Was brauchen wir noch? Finde den Korb mit Karotten Hacke die Karotten Okay Kann man nicht aufmachen, wenn es regnet und es frisch wird? Scheiß doch, regnet rein Kühlpett im Nacken hab ich auch So Jetzt Fleisch klopfen Ist eigentlich schade, dass man das nicht sieht, ne? Ist ja wie so ein Kochsimulator Das riecht ja köstlich Verleihen wir dem Ganzen mit Salz und Pfeffer noch etwas Aroma Ja Wo haben wir das jetzt? Nehmen Sie bitte Platz Ein Ober wird in Kürz Hier, Pfeffer? Und wo ist Salz? Hier irgendwo, hä? Gestern haben sich ein paar Nerds über Comic-Helden gestritten Sollte man sich nicht um wichtigere Dinge kümmern? Ich möchte nicht in Rockers Haut stecken Hätte nie gedacht, dass man so überfordert sein kann Finde das Salz Keine Reservierungen Erforderlich Setzen Sie sich einfach irgendwo hin Warum hier hinten? Das ergibt ja keinen Sinn Das ergibt ja keinen Sinn Vor allem, wir haben bloß noch eine Minute, ne? Sie hat das Schnellkochen angesagt Wenn man bedenkt, wo ich hätte enden können Dann hatte ich großes Glück Meine Arbeit ist sehr bereichernd Aber auch wirklich überaus anstrengend Rühren den Eintopf, damit er nicht anbrennt Aber lohnt jetzt! Ich habe gehört, was in Morgentown passiert ist Ist lange her, ich weiß Trotzdem bin ich froh, dass man mich an einen sicheren Ort Tolle Arbeit! Du weißt schon Wenn es so köstlich riecht, wie es aussieht, dann Aha Dein Eintopf ist fertig Und es wird Zeit für deine ganz persönliche Note Was ist denn? Urin oder was? Stimpack! Geht in Ordnung Mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Praxis Kannst du das Gericht bestimmt perfektionieren Hier ist dein fertiger Eintopf Jetzt wird es Zeit, die Hungernden zu speisen Ich glaube, du kannst die Raider und Siedlervertreter bei der Bar finden Du wirst dich entscheiden müssen Da leider nicht genug für alle da ist Ich sammle noch mehr Zutaten, damit wir irgendwann nochmal zusammen kochen können Na, aber natürlich Man kann jedes Problem irgendwie lösen Puh Timing scheint zu deinen Stärken zu gehören Ich kann so gut wie jeder andere eine Wunde versorgen Aber Appalachia kann uns sehr viel Schlimmeres antun Wir haben hier Patienten mit einer unbekannten Krankheit und mit Verletzungen, die wir nicht behandeln können Was wir unbedingt brauchen, ist Know-how Also lass uns handeln Das, was du nicht hast, aber brauchst Gegen das, was ich hab, aber nicht brauche Hab gehört, dein Ziel ist The Pit Der einzige sichere Weg raus aus Appalachia ist der Stahlvogel, den Lennox oben auf dem Dach hat Ohne meine Zustimmung fliegt sie nicht und momentan hast du die nicht Hier ist er dir Du bringst mir die medizinischen Infos, mit denen ich den Leuten hier helfen kann Dafür segne ich deine kleine Expedition ab Ist zwar jetzt gerade die falsche, die ich angesprochen habe, aber ist okay Ja, kommt jetzt was, oder? Ich hoffe, du bist bereit für einen Trip in den Cranberry Bog Können die Responder auf dich zählen? Prima Tja, dann ran ans Werk Bring alles, was du finden kannst, zu unserer leitenden Sanitäterin Ich gebe ihr Bescheid Viel Glück da draußen Danke dir War jetzt zwar doof, weil... Es mir kocht wirklich toll Ich hatte so lange kein Essen mit richtigem Geschmack Nehmen sie Platz Sie werden in Kürze Hier scheint schon die ganze Woche die Sonne Wie wundervoll In der Pit gibt es angeblich Monster, die dir einen harten Kampf liefern Die Suppe ist ein bisschen toll aus Geil, ne? Hier hast du einen Raider Hier ist Rauchen verboten Hier ist Rauchen verboten Hier ist Rauchen verboten Hat gleich den Nächsten angemacht Ich kann den gar nicht anquatschen Hörst du hierher? In letzter Zeit kommen viele Leute nach Crater, die uns die Haare vom Kopf fressen wollen Ich find's geil, dass du rochen und sprechen kannst Glaubst du, wir brauchen Essen in Crater? Camps oder Bier sind mir lieber Ist klar Ach, die hab ich abgeschlossen? Geil Naja Such hier nach medizinischen Aufzeichnungen Watoga Emergency Service Das war doch irgendwo hier oben, oder? Wo war denn das? Hier oben? Naja, gut, gucken wir gleich Was war die andere Mission noch? Sammle 50 Holzabfall Okay Na gut Es passt gerade nicht Ich habe unglaublich viel im Kopf Man sollte meinen, dass Kippy bei seinen Basteleien etwas medizinischeres eingefallen wäre Hier sieht's aus Die Raider kämpfen wie die Wilden Vielleicht sind sie verrückt genug für eine Expedition Manchmal ist es wie so ein Stillleben So eine tolle Zuflucht hätte doch mehr hungrige Mäuler verdient Ähm Okay, wo ist jetzt die Klinik? Hier, ne? Ne Ist ein anderes Sender Gab's hier noch eine Klinik? Bei all den Vorräten könnten wir einiges an Handeln mit dem Whitespring betreiben Das ist die Klinik dort Bar 63 Hier ist die Oh, ist ganz schön warm heute wieder Aber es könnte jetzt Also eigentlich haben sie ja heute Regen angesagt bei uns Vor allen Dingen Ich habe ein kühles, ein feuchtes, nasses Tuch Im Nacken Und es ist schon wieder fast trocken Sprechen Sie mit uns Kommen Sie hinein Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt Packen Sie Ihre Waffe aus Jetzt können die knallen Da ist schon der Erste Das ist nämlich ein Schieß Guten Tag, Bürger Ich hoffe, dass Sie wohl auf sind Ne Momentan brauche ich nichts Hilfe! Bewahren Sie Ruhe, Bürger Die Wartoga Emergency Services sind hier Um Ihnen Hilfestellung zu leisten Bitte geben Sie die Art des Notfalls an Mr. Sparkles sitzt auf dem Baum Bürger, bitte erläutern Sie Was ist ein Mr. Sparkles? Eine Katze Und sie ist auf dem Baum In dem Baum sitzt eine Katze Richtig Er sollte nicht dort sein Die Katze sollte sich nicht im Baum befinden Ist das korrekt, Bürger? Ja, Beeilung Bürger, bitte treten Sie zurück Die Katze befindet sich nicht länger im Baum Mr. Sparkles! Die Katze befindet sich, glaube ich, nirgendwo mehr Einfach Einfach die Katze erschossen Die Katze befindet sich, glaube ich, nirgendwo mehr Das war's für heute. Ich mag die Waffe irgendwie. Zwar das Magazin nicht, aber... Huh? Was dancing? Huh? Na ja, gut. Manchmal ist es so. Ich habe die Pflegehinweise für Patienten. Hier ist irgendwas. Ah, hier. Ein Wendigo. Wendigo ist immer gefährlich. Ich sage es euch. Wenn dann nochmal hier das Remake rauskommt von Until Dawn, werden wir das auf jeden Fall spielen. Mit Snowfall zusammen, denke ich mal vor allen Dingen. Hm, der Einzug ist cool. Wird schon mal gönnen. Stealthboy. Nehmen wir mit. Stealthboy. Stealthboy. Suche in der Zuflucht. Ach ne, sprich. Okay. Widespring, Zuflucht. Daddy-O. Morgen ist schon wieder Donnerstag. Nach zwei Tagen arbeiten, dann haben wir schon wieder Urlaub. Kühlt-T-Shirt. Mal schauen. Ich hab gehört, du hilfst uns. Hast du Neuigkeiten zu den Pflegehinweisen für die Patienten? Na klar. Nachbehandlung, Wundpflege, Sauerstoffkonzentration? Hier ist alles drin. Vielen Dank dafür. Die Responder werden dir das nicht vergessen. Hier gibt es jede Menge Vorräte, die nur auf uns warten. Okay. Wo sammle ich das Holz? Warte mal, hier liegen überall Holobänder. Die soll ich vielleicht auch mal suchen. Orlando ist sehr charmant, aber ganz ehrlich? Ich weiß nicht so recht, warum der uns überhaupt hilft. Hey, Simsalah, moin! Hallöchen. Wenn du nicht weißt, wo du unterwegs hin sollst. Die Responder haben eine Außenstelle in Flatwoods. Warum Leuten helfen, die sich selbst nicht helfen können? Hä, welche Missionen waren das mit den Holo... Egal, machen wir jetzt nicht. So, wo soll ich hin? Holz sammeln. Ach, schön mal wieder Leute in Responder-Uniformen zu sehen. Wo sammle ich Holz? Gibt es hier ein Holzwerk? Hey, Huns! Hallo! Huns, wo kriege ich ein Holz her? Im Wald, ne? Ich bin überladen schon wieder. Ey, das gibt es doch nicht. Mad Max, moin! Mit zwei Marks, 17 seit acht Monaten dabei. Mad Max! Acht Monate schon wieder, ne? Die Ausstattung ist zwar etwas protzig, aber Sauberkeit ist zur Abwechslung auch mal was Schönes. Acht Monate! Hurra! Hipp, hipp, hurray! Hier gibt es jede Menge Vorräte, die nur... An jedem Baum stammen. Ja. Hier, Maxi! Mad Max! Der Mad Max und der Crown haben wir heute schon wieder aktiv gewesen. War noch mit Huns am Zucken. Ah, so ein Ding ist das. Wie geht's euch? Ob hier auch irgendwo Camps rumliegen? Wie geht's euch? Oh, die haben sich hier ja gut eingerichtet. Alle Weine und Spirituosen sind mindestens 25 Jahre alt. Ach, schön mal wieder Leute in Responder-Uniform zu sehen. Nein. Unser Sommelier empfiehlt trinken. Trinken. So eine tolle Zuflucht hätte doch mehr hungrige Mäuler verdient. Hab mir heute Fallout First gekauft, ist echt empfehlenswert. So viel Schrott wie du willst, kannst lagern. Ja. Ich glaube aber, Simsalat, du wirst das Spiel deutlich öfter spielen oder länger als ich. Ich hab das ja schon mal gesagt, ohne das... Ohne das Böse zu meinen, aber ich glaube, ich werde das... Wenn die Hauptmissionen abgeschlossen sind, lege ich das Spiel wieder nieder. Also dann gehe ich noch einmal rein mit den Zuschauern. Aber danach ist auch Schluss. Die Tatos hier schmecken super. So frisch und nur mit ganz wenig Strahlung. Die Ausstattung ist zwar etwas protzig, aber Sauberkeit ist zur Abwechslung auch mal was Schönes. Ich geh mal in den Wald. Dem Wärfe hier fehlt dir Strahlung. Mir geht's super und selber auch. Auch. Oh. Außerdem Snowfall selbst mal ne Erneuer ist ne mal ne Erneuer. Liegen hier wenigstens ein paar Holzstämme rum oder so? Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Ich hab mal irgendwo Baumstämme gesehen, aber... Ich glaube, ich bin hier wahrscheinlich falsch. Eine Rhododentron. Ich glaube, hier kann ich lange nach Holz suchen. Ich glaube, hier kann ich lange nach Holz suchen. Das ist auch so ne Wirkpflanze. Gibt's da aber nen guten Spot, wo man farmen kann? Ich weiß also, ich hab mal irgendwo Baumstämme aufgehoben, aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Theoretisch ja auch im Baummodus, ne? Ah, hier ist Zonenrand. Aha. Interesting. Würdest du denn das nächste Next-Gen-Update zur zweiten Staffel der Fallout-Serie spielen, wenn es kommt? Da gibt's bestimmt dann neue Quests. Also, ich würd's mir auf jeden Fall mal angucken, Simsal, ja klar. Alleine schon, um mal die Unterschiede aufzuzeigen für den Chat und für YouTube, was denn wirklich anders ist. Also, ich denke mal, die 120 FPS oder 60 FPS oder was sie dann implementieren, merkst du schon auf Konsole. Ich wollt' noch mal ganz kurz, ich mach das jetzt mal, ich mach jetzt mal einen Abstecher hier hin. Hier wollte ich nämlich hin. Ich denke schon, dass ich mir's angucke, auf jeden Fall. Ob ich dann noch mal spiele, also online vielleicht, ja, aber... Müsste man einfach mal sehen, wenn's so weit ist? Tjuk, danke dir für dein Lurki. Du flauschige Sitz-Garnitore. Cool, dann freu' ich mich jetzt auf beides. Neue Staffel und dein Live. Danke dir, Simsalah. Bestimmt, ich denk' mal schon. Das wird schon. So, hab ich in meiner Kiste noch irgendwas mit Sternen? Ja? Das würde ich nämlich alles verticken. Das würde ich nämlich alles verticken. Hallo Lisa, hallo Sonu, moin. So. Sehr gut. Die Waffen heben wir uns natürlich auf, ne, ganz klar. Alleine schon, weil sie vom Huhn sind, da wird hier nix weggehauen. Lisa, Sonu, wie geht's euch? Ich hoffe gut. Ich muss jetzt mal kurz, äh, all das Zeug sammeln, was aus Holz ist. Jeglichen Holzmüll. Keine Ahnung. Klappt da eh wieder, ne? Gut, und dir? Sie sehnen sich nach einer neuen Karriere? Auch gut. Sie arbeiten gerne mit den Händen. Sie finden Lösungen für knifflige Probleme? Sie möchten Maschinen in einer spannenden Umgebung reparieren? Dann schließen Sie sich den Unterstützungstrupps der Abbaubots von Hornbride Industrial an. Wir suchen talentierte Männer und Frauen. Guter Lohn für harte Arbeit. Halten Sie Hornbride Industrieflotte fortschrittlicher Abbaubots am Laufen. Melden Sie sich noch heute am Hornbride Rekrutierungsstand im Zentrum von Charleston. Einfach ein Motorrad in die Ecke geknallt hier. Geht's denn hier eigentlich hin? Hä, hier war ich noch nie? Verrückt. Noggi! Gut soweit. Ist halt warm, ne? Wie ist es bei euch? Hat's schon geregnet bei euch? Bei einigen hat's ja schon geregnet. Sandy und so. Hallo Mick. Wollte Bescheid geben, dass ich die Geräte beschafft habe. Nach denen du und deine Jungs gefragt haben. Zusammen mit den Nägeln und der Sicherheitsausrüstung, die ihr ebenfalls gebrauchen könnt. Aber wir liefern nichts. Bringt das Geld zu mir nach Welsh. Du weißt ja, wo die Duchess ist. Verrückter Ort hier auf jeden Fall. Verrückter Ort hier. so sieben holz von 50 na wir nähern uns ja ich werde es einfach machen wie es der madmax geschrieben hat einfach schrott verwerten dann kriegt man das schon hin legendäres modul ich kann mir bestimmt 100 leisten also ich kann mal gucken da der huns hat er ja gesagt dass der schalldämpfer die waffe schlechter macht das können wir natürlich einmal ändern das wäre natürlich ist ja es ist bei vielen spielen so ist sogar selbst bei call of duty so was eigentlich völlig was kinder versteht weil ja auch kulde waffe gefällt mir gut dann gehen wir hier raus und sammeln einfach hier müll vor ort oder wir machen das erstmal schnell mit dem müll danke für dein log lisa oder money stream da kann ich gleich mal ein logi auch hier bei dem lassen ich weiß nicht noch stream nennen näher ja 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 Einfach jeglichen Schrott sammeln, dann wird das schon. Nur viel zum Thema Schrott. All together. All together. Ah ja. Genau, das men ich. Die Holzhaufen sind nämlich crazy. Die machen viel. Wir sind der Welt. Na hoi. Hi. Selber fähig. Kopfen. Na Noggi, was gibt's heute? Spielst du heute was, oder? Ist heute Pause. Break. In blau. Ich nehme jeden Mist jetzt mit hier. Wie damals. Beim allerersten Mal Fallout spielen. Jeden Scheiß mitgenommen. Da wo immer Festnacht-Event war, ein großer Holzhafen muss nur Huhns oder Mad Max fragen, wie der Ort heißt. Okay. Klingt auch interessant. Weiß nicht, der Naksche-Pavian ist noch wach. Ja, ja. So sind sie, die kleinen Racker. 32 wird doch. Das wird schon. Das kriegen wir hin, ja alles. Vor allem, wenn wir hier hinten eine Kiste haben, ist das perfekt. Ja, hier so ein Ding zum Umbauen, mähne ich. Ein Baublohn. Beziehungsweise ein Rezept. Nein, ich will nicht kochen. Nein, ich will nicht. Okay. Adi-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li. Oh, Wolt haben. Noch 12? Ey, komm. Jetzt aber. Hier wollen wir. Hier wollen wir. Lill, 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 Lill! Kochbladet! was haben wir da alles schon mal gehabt hier klemmbreit immer gut holz ist auch schon mein beutel hier mit der los die hat für heute ausgemacht oder ach so du hast im stehen geschlafen entschuldige hast du schon deine verbrannten impfung kenn ich hab ich ja schon hier ein besen besen ist holz bringt gut bringt gut vor allem besen bringt gut besen bringt gut naja ich bin überladen das weiß ich schon nicht so schlimm guck mal hier so noch fünf das schaffen wir jetzt noch fünf holz ist da hier ja easygoing Kling! Okay. Noch drei Holz. Kochmütze. Kochmütze. Moin. Die Responder haben diesen Handelsposten für ihre Feuer-Teufel-Einheit eingerichtet. Danke für die Info. Alter, willst du mich schreien? Im Stehen schlafen, das... Keine Ahnung, wie sie das gemacht hat. Aber sensationell. Ey, ein Holz noch. Eins! Komm! Irgendwo hier in der Ecke liegt's. Ich spür's. So, jetzt aber. Okay. Okay. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's. Ich spür's. Jetzt gehen wir wieder hier rüber. Whitespring, Zuflucht und dann machen wir die Mission endlich mal fertig Wo müssen wir hin? Schön, dass du zurück bist Möchtest du etwas spenden? Wirklich? Fantastisch Vielen herzlichen Dank Das ist eine Riesenhilfe Rein zufällig habe ich hier eine Kleinigkeit für dich Als Dank für deine Großzügigkeit 1-0 Niederlande Aber du kennst das ja Einerseits arm, andererseits reich Ich habe dir zusammengesucht, was wir an dich abgeben können Ich habe so eine Ahnung, dass dir das noch nützen wird Eine Hand wäscht die andere Vielen Dank für deine Hilfe Komm mal wieder vorbei So wie ich Rucka kenne, brauchen wir täglichen Nachschub Pass auf dich auf Ich brauche Urlaub Brauchst du was? Brauchst du was? Oder brauchst du was? Denk nach Skippy Du musst doch was bauen können, das den Krieg für uns gewinnt Hallo Wir kennen uns nicht Bin Skippy Skippy Braridge Kann ich oder die Gewerkschaft was für dich tun? Genau Wir suchen Leute, die uns im Kampf gegen die Fanatiker helfen Überrascht mich, dass jemand Interesse hat Hast du doch, oder? Na, na Die Gewerkschaft steht mit dem Rücken zur Wand Wir tun, was wir können Damit die Fanatiker sich nicht alles holen Ab und zu feiern wir kleine Siege Aber eben nur ab und zu Im Moment laufen ein paar Sachen, bei denen etwas zusätzliche Hilfe die Lage zu unseren Gunsten wenden könnte Ich will es jetzt nicht Söldnerarbeit nennen, aber ganz ehrlich Du müsstest definitiv kämpfen Fantastisch Lass mich nur schnell Rucker holen Ist schließlich ihr Vogel Schön, dass du da bist, Rucker Endlich haben wir jemanden, der den Trip nach The Pit wagen will Wir kennen uns Hatte schon vermutet, dass du dafür in Frage kommst Hatte wohl recht Dachte mir, du solltest mitmachen, wenn wir dein Flugzeug wagen Sag zu Lennox nicht, dass es ein Flugzeug ist Sonst ist sie beleidigt Wie auch immer Du hast dich anständig verhalten Also hast du meinen Segen Da du Sophie und Esme ebenfalls geholfen hast Gibt es seitens der Responder keinerlei Einwände Super, das bedeutet der Gewerkschaft viel Du sollst dafür auch gut belohnt werden Kann sein, dass ich auch in Appalachia etwas Hilfe brauche Ich werde es dich wissen lassen Viel Glück da oben Wir zählen auf dich Ganz nett Willst du helfen oder brauchst du Hilfe? Die Responder sind für dich da So oder so Welcher ist morgen? Der Elfte, ne? Der Elfte, ne? Morgens der Elfte, ja, ja Sagt mir dazu, dass Holland führt Verrückt Sprich mit Lennox Wo ist denn der schon wieder? Ich habe gehört Was in Morgentown passiert ist Es ist lange her Ich weiß Avalachia Gönne es irgendwie keinem der beiden Haha Am wenigsten Spanien Ah, es ist Eine schwierige Situation Würde ich sagen Aber am Ende ist es mir wurscht Hat für uns halt keinen Mehrwert mehr Also wer jetzt nicht gerade Spanier ist Oder Holländer Wow Hey Du siehst interessant aus Was gibt's? Ich bin länger Eins, eins Elf Meter Wer hat denn elf Meter gemacht? Der Kane, ne? Ja Okay Wird Zeit mal wieder hinzufliegen Also mit meinem Mädel hier Ich glaube du warst da noch nicht, oder? Raka meinte, dass jemand kommt Das bist dann wohl du Ich bin bereit, wenn du es bist Falls du die Ultrazit-Batterie-Zellen Für diese Schönheit hast Am Himmel vollbringe ich Wunder Aber durch Willenskraft allein Bring ich sie nicht hoch Ich mach das Schätzchen bereit Und du sagst mir einfach Wann es losgehen soll Jetzt Expedition Überlebende außerhalb von Appalachia Haben Kontakt aufgenommen Reise in neue Gebiete Und hilf beim Wiederaufbau Würde Birds stehen beim White Spring Resort bereit Mit ihnen kannst du zu Expeditionen Außerhalb von Appalachia aufbrechen Teamleiter können Gruppen zusammenstellen Und über die Karte Eine neue Expedition starten Teams können nach Appalachia zurückkehren Und die Expedition jederzeit Wieder aufnehmen Interesting Meine sehr verehrten Damen und Herren Äh I'm ready Was haben wir denn jetzt überhaupt gekriegt Für eine Trophäe 10.000 Krone krogen Geht's wieder hoch? Wieder? Ja Ich bin gerne bei meiner Maschine Ich bin gerne bei meiner Maschine Habe schon lange keine mehr die wirklich funktioniert Da soll niemand dran rumspielen was sind kann ich jetzt hier einsteigen oder wie ist jetzt der plan ja Naja, ich hab 2-1 Holland getippt. Ich bin gespannt. Aber wahrscheinlich kommt der England-Dusel weiter. Pass auf. Wo ist denn der? Warm und schwitze wie in Sandra Gaul. Ich weiß gar nicht, wann ich... Ah ja. Wie bereits erwähnt, steht die Einrichtung Respondern und Flüchtlingen offen, Mrs. Russo. Ich handle genau wie die Responder, nur will ich eine Süchtige vor ihrem schrecklichen Ende bewahren. Dreckige Junkies sind wohl von eurer Wohltätigkeit ausgenommen, oder was? Ich kann nicht prüfen, ob ihre Geschichte wahr ist. Hätten wir ein bestehendes Verhältnis, oder könnte unser medizinisches Personal das Opfer vor Ort... Bestehendes Verhältnis! Die Zuflucht basiert auf Vetternwirtschaft, ja? Stimmt, da war ja das Würdige-Bird-Zeichen immer auf Viereck, hast recht. Bitte entschuldige den Trubel, Darling. Wir geben unser Bestes, damit jeder einzelne Besuch im Whitespring angenehm verläuft. Da bist du ja endlich! Mir blieb nichts übrig, als diesen Verrücktext davon zu überzeugen, dass meine Tochter im Sterben liegt. Kennst du diese Frau? Ah, wunderbar! Eine Entschuldigung wäre angebracht. Entschuldigungen erhalten jene, die sie verdienen. Dennoch gehört es sich für die Zuflucht, Notleidenden zu helfen. Könntest du möglicherweise Eindeutigeres zur misslichen Lage dieser Frau? Ah. In dem Fall freut es dich sicher zu hören, dass die Bosse von Atlantic City Besuchern die Reisekosten erstatten. Sprich mit Mr. Jeremiah Hopkins, falls du das nicht schon getan hast. Er hat eine kleine Bude draußen im Gemeinschaftsbereich, neben der Bühne. Solange du den Einheimischen während deines Aufenthalts zur Hand gehst, kannst du nach Atlantic City fliegen, wann immer du willst. Der Fall, Moin! Sie können herzlichst gern mitfliegen, Mrs. Russo. Ich fürchte, ich muss mich nun meinen anderen Pflichten widmen. Sobald sie soweit sind, wird Lennox sie an Bord bringen. Lennox! Ich verstehe nicht, wie du mit dieser Person auskommst. Woher kommt der hier aus dem 17. Jahrhundert? Bist du nett, oder? Natürlich nicht, aber wir sind alle freie Menschen, nicht wahr? Ich versuche zu ätzenden Leuten selber besonders ätzend zu sein, um sie in ihre Schranken zu weisen. Ernsthaft jetzt? Lässt du dir das alles gefallen? Stefan, wie geht's dir? Und Simson, da würdest du mich freundlicherweise weiter... Wunderbar! Ich trinke noch was an der Bar. Auch den Laufenden halten wegen dem Halbfinale. Sonst überstehe ich diesen schrecklichen Flug nicht. Entschuldigung, ich will ja nicht stören, aber wie ich hörte, willst du nach Atlantic City und ähm... Wer ist das denn? Es ist dort nicht sicher. Da gibt es ein Monster. Ich hab es gesehen. Leute verschwinden. Deswegen bin ich weggegangen. Du redest doch wohl nicht von diesem dämlichen Jersey Devil, oder? Völliger Blödsinn. Meine Eltern haben mir diese Geschichte als Kind erzählt, um mich gefügig zu machen. Hat nicht geklappt. Und der Jersey Devil hat mich auch noch nicht geholt. Er ist real, ich schwöre. Sie nehmen sein Blut ab und machen daraus eine Droge. Deswegen ist er jetzt so wütend. Alles Marketing. Wie würdest du ein Cam nennen, das die ultimative Versuchung darstellen soll? Etwa Engelsmilch der Unschuld? Blut abzapfen. Ach, selbst wenn es den Jersey Devil gäbe, würde sich niemand mit Geschäftsinn diese ganze Arbeit machen. Es geht soweit gut. Wir machen viel am Haus. Drei Wochen Urlaub. Werden voll genutzt. Bisschen Motorrad fahren. Samstag hat Sabrina Geburtstag. Oh, steht ja einiges auf dem Plan jetzt, hä? Naja, ich habe dich gewarnt. Das beruhigt mein Gewissen. Behalt den Himmel im Auge. Vorsicht, man weiß nie, was da draußen ist. Erkundung außerhalb von Appalachia. Reise nach Belieben an verschiedene Orte und bahne dir deinen ganz eigenen Weg durchs Ödland. Für einige Quests musst du unter Umständen die Grenze Appalachias verlassen. Ich bin weit weg. Über das Wirti-Beard-Symbol auf der Map kannst du an die entsprechenden Orte reisen und die Quests abschließen. Hallo. Ja, ich hatte einen grasgrünen Pool. Das war... Uh, da ist er lange nicht gemacht. Hast du schon mal KFC gegessen, Profil? Ja. Ja, ich finde es nicht so gut. Ist aber Geschmackssache. Okay. Ich werde nie wieder rausgehen. Ich muss jetzt kurz überlegen, was ist denn jetzt mein Plan? Ich muss einmal nach Atlantic City und einmal nach... The Pit, oder? Konnte man damit Karte zahlen? Vor Ort, ja. Oder willst du bestellen? Vor Ort? Denk mal. Ich denke schon. Also wenn es... Ist ja ein Restaurant, ne? Also ein Diner, ein Imbiss. Das sollte man schon mit Karte zahlen können. Crazy. Kommt jetzt auch so eine Sequenz oder sowas? Willst du im Atlantic City Slot spielen? wenn es schon im Real Life nicht klappt im Casino, dann das stimmt so gar nicht ganz lustige ganz lustige Geschichte wo ich Snowfall kennengelernt habe und die in meine ersten Streams reingeguckt habe habe ich gerade Slots gespielt ja ich habe schon mal Slots gespielt im Stream und habe mit 20 Euro einen Satz 880 Euro rausgeholt in 5 Minuten Snowfall war dabei aber die hat es nicht richtig gecheckt weil ich glaube ein Bild weg war oder Ton weg war ich weiß es nicht mehr genau woher soll ich das wissen? man würde meinen die Leute könnten sich in einer Stadt auf zivilisiertere Art erleichtern alles was ich dir geben kann ist ein Kerl namens Stanley Soriano er verbringt seine gesamte Freizeit in der High Rollers Lounge des Neapolitan Casinos Stan ist schwach sorge dafür dass er sich wichtig fühlt und schon liest er dir deine Wünsche von den Augen ab warte nicht auf mich obwohl lieber doch man sollte immer einen Fluchtplan haben ok jetzt muss ich kurz an der Stelle fragen für die Leute die schon weiter in Fallout sind dadurch dass ich jetzt den Expeditionsmodus freigeschalten habe um mit dem Wirtibird auch in andere Gegenden zu fliegen habe ich jetzt permanent auch Missionen hier außerhalb von Appalachia das wäre ja ja gibt es da auch eine Karte wo wir gerade sind? ne ne woher soll ich denn jetzt wissen wo wir hier sind? hä warum brauchen die Mew nicht so viel Geld? Alter entschuldigen sie bitte ich bin noch gar nicht vorbereitet hier kommst du mir klar in der Ecke und klatschst mir irgendeinen Granatstiefel an den Nüchel hallo vielleicht auch mal fragen also hä also Jürgen vielleicht sollst du auch mal fragen bevor du auf mich schießt oder wie sieht es aus? Junge Junge kommt der hier komm ich hier rein knallt er mir den Nüchel weg also ich weiß ja nicht nur in Atlantik diese Hauptmission ok sehr gut danke Huns dankeschön der angesagteste Ort in AC warum die Munis in ihrer kleinen Ekelhütte bleiben wollen ist mir schleierhaft dann sind unterwegs Tannen noch ein Scotch was ist mit dir Liz? hast du dir schon Gedanken gemacht? oh Bill wäre für Charleston wir sind mit dem Governor bekannt sicher würde er die nötigen Vorkehrungen für uns treffen Evans diese falsche Schlange käuflich war er schon immer nicht die schlimmste Eigenschaft wenn man der Käufer ist kannst du es dir vorstellen angekrochen zu kommen wie eine Gruppe von Bettlern die Pit gibt es keine Mission der Ort war stets ein Slum der war erst bei Gunter zu Hause Bier trinken also hat er sich vor allem mit all den Flüchtlingen die einfallen wie die Fliegen nee 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 jetzt nein mit den Ressorts können wir nichts falsch machen wenn das Whitespring uns nicht haben will sollten wir es im Pleasant Valley versuchen ansonsten im Sunnytop du hättest mich mal beschützen können Jürgen im Ernst ich will dort schließlich nicht zum Skifahren hin oder wegen der Leute aber lieber bleibe ich in einer schäbigen Lodge als mich dem auszusetzen was auch immer im Tal abgeht Mäm schreib es einfach an bringen wir die Runde zu Ende einen Dollar pro Punkt darüber soll ich naja sind die Hürschen Hürschen bei New Vegas bei Fallout New Vegas habe ich mich auch an die Automaten gestellt vorher gespeichert und dann schön Kohle gemacht das Serum ist noch da gell ja hier guck mal ach nee da siehst du es ja nicht ich kann immer noch sehr hoch springen warum brauchen die Munis so viel Geld kriegen die Elektriker auch noch einen Anteil oder was guck dir mal einen neuen Anzug siehst aus wie so ein immer noch kein Glück ich sollte mal hier raus und den Kopf freikriegen aber einmal noch na war doch fast die Ratte Antonio weggelaufen ist war ein schwerer Schlag für die Familie noch mal tot sein was war das jetzt die Eliten haben's gut was würde ich nicht für etwas Blut geben all das Gerede von Monstern in den Barons ich meine was soll mir ich muss in die High Rollers Lounge dürfen nur bestimmte Leute du stehst nicht auf der Liste ach ja ich soll ja erst mal für Aufmerksamkeit sorgen ne hey Lukas moin komm nicht auf dumme Gedanken ne ne boah die Teufelsmaschine ha ha komm wir gönnen uns den Spaß wir haben wieviel Kronkoten 7000 ich will die jetzt nicht opfern aber bisschen Spaß muss ja auch mal sein ne Lass mich verarschen Bonus Spiel 250 Kronen gucken Plus gemacht hier immer spielen wenn man Plus kriegt ne es gibt Casino in Fallout 76 wir sind ja in Atlantic City ist ja bekannt dafür ne ist ja das kleine Las Vegas na der war scheiße okay oh Blackjack ich glaub ich seh mir am Pier später eine Show an warst du mal außerhalb der Stadt glaub mir Roulette Roulette ist nicht so meins das ist Poker hab vorhin Schüsse gehört klang als wären sie vom Stadtrand gekommen Blackjack gehst mit Poker ist jetzt dauert so lange Neu in Atlantic City oder das hier ist wie das Paradies hier haben wir Blackjack mein Kleiner fragt mich immer Papa kann ich jemanden wie dich umnieten? was soll ich ohne funktionieren? ein Teufelskerl im Kleinformat jeden Tag sehe ich mehr von den Barons in der Stadt die Munis könnten mal ein Partner einstellen hast du ne Fusselrolle dabei? mein Anzug ist versaut hast du ne Fusselrolle dabei? mein Anzug ist versaut 25 Kronkurken es wird ja immer teurer hier Elvis Alter warum brauchen die Munis so viel Geld? kriegen die Elektriker auch noch einen Anteil oder was? ist es hier nicht zu schön um wahr zu sein? nee hey lady diese Stadt wird also von einem Zirkus der Cosa Nostra und unterbezahltem Stadtpersonal regiert ich muss nach Hause bevor es dunkel wird finde einen Weg in die High Rollers Lounge immer mit der Ruhe machen wir gleich erst ein bisschen Musik an hier komm ich dachte jetzt kommt mal was Peppisches ne Warte mal sehe ich hier irgendwas? irgendein Indiz? wird also von einem Zirkus dem Paten und unterbezahltem Stadtpersonal regiert irgendein Indiz welches Pferd stark ist grün ist es hier nicht zu schön um wahr zu sein? ne ist schon in Ordnung ach du scheiße was soll ich ohne funktionierenden Fernseher mit meiner ganzen Freizeit anstellen? mein Vater war ein gemachter Mann so wie sein Vater war das so Indiz? dass das so hoch? ey das hat der Vater davor noch gemacht so nah man nach dem Krieg eben rankommt der angesagte Storten AC willst du die Kronkorken als Halskette tragen oder klug sein und sie im Neapolitan investieren? Silver Shroud na eben kann ich mich nicht anziehen wie ein äh kann ich mich nicht anziehen wie ein Angestellter und da reinschleichen? das wäre geil das wäre allererste Sonne oder Chat das wäre mega ich brauche ein fettes Sandwich sofort äh heute Abend hab ich Gleck Aha. Ich seh mir am Pier später eine Show an. Hey! Weißt du ab... Die Eliten haben's gut. Das würde ich nicht für etwas Blut geben. Sehe ich etwa aus wie ein... Ich muss heim bevor es dunkel ist. Lassi da Corazia. Da fällt mir ein, ich muss ja noch Fallout 76 platinieren. Brogat! Moin! Tja, heute Abend nicht. Ich hab meinen Glücksbringer dabei. Da bist du Ort in AC. Warum die Munis in ihrer kleinen Jäckel mitbleiben werden? Der Don sich wohl wieder in der Öffentlichkeit zeigt. Und bitte kauf den nicht Fallout Fürst reinste Abzocke. Naja, Brogat, für die die es öfter spielen, das Spiel lohnt sich's wahrscheinlich schon, aber... Da ich ja nur die Hauptmission mache... Ist es wahrscheinlich für mich eher... Ansonsten ist es ja wie ein Battle Pass, ne? Bei COD ist der auch kacke, aber trotzdem hole ich ihn mir immer wieder. Ich weiß, was du meinst. Aber für die, die es häufig spielen, weißt du, für die ist das natürlich sinnvoll. wohl... ... ... ... ... Den haben wir schon. Ich wünsche, die würden bald ein neues Fallout rausbringen, das wäre nice, das dauert noch ein bisschen. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Serie, welchen Erfolg die Serie hat. Okay. Okay. Genau, es kommt ja erstmal Elder Scrolls 6, richtig. Sag mal, kann ich auch mit irgendeinem Fahrstuhl fahren? Schwierig. Haben sie ihn um die Ecke gebracht hier? Ja, anscheinend ist das hier Quatsch. Panic Room. Hallo, wo bin ich denn hier? Einfach in der Vault? Im Bunker? Ah ja, Kühlflüssigkeit, ganz wichtig. Also ich muss an der Stelle schon mal fragen, wo zur Hölle? Bin ich hier eigentlich? Komplett abseits von dem, wo ich hin soll, oder? Ich glaube, ich sehe mir am Pier später eine Show. Das Haus gewinnt immer. Alle regen sich auf, weil Conchetta Befehle gibt. Mich stört das nicht, solange ich meinen Anteil bekomme. Wie wird man, die noch? Wobei, was denkst du, ist es gut, in Köln zu gehen, KFC? Es gibt jede Menge Touristen hier, als hätte es gar keinen Krieg gegeben. Ich weiß doch nicht. Ich weiß doch nicht, wie gut dein... Wie gut das KFC in Köln ist. Bürgermeister Tim hält sich für den Anführer von AC. Als ob ein alter Farmer irgendwen umnieten würde. Oha. Na ja, wir sind auf jeden Fall dort, wo wir hin sollen. So wie sein Vater und dessen Vater wohl. Noch ein Royal Flush? Aber... Die Engel im Himmel meinen es wohl gut mit dir. Siehst du es denn nicht, Stan? Er beschummelt dich. So viel Glück hat doch keiner. Hast du diesen Frass der Mimis gegessen? Du bist der Mann. Geh zu Quentino. Begrüßt er nicht per Handschlag, okay? Wie sehr du deinen Freunden vertraust. Das ist lächerlich. Mensch, warum hast du das gemacht? Glaubst du echt, er hat mich verarscht? Komm schon. Drei Royal Flush hintereinander. Gibt's ein goldene Stunde oder so? Und kümmer dich um deine Familie. Ich bin weg. Könnte ich aussuchen, den anzugreifen? Ja, aber das wollte ich eigentlich nicht machen, weil... Was glotzt du denn so? Hey, immer ruhig. Ich kann dir alle möglichen Camps beschaffen. Aber das Blut... Wie kommst du darauf, dass ein Niemand wie du was von Atlantic Cities angesagtesten Camps bekommt? Das Tierratte Antonio weggelaufen ist, war ein schwerer Schlag für die Familie. Nun, da du so darauf versessen bist, Stan zu helfen, könntest du vielleicht etwas für mich tun. Weißt du, warum ich meine Zeit in der High Rollers Lounge verbringe? Ambitionen. Dort wartet mein Glück auf mich. Und du darfst mir helfen, es zu finden. Nimm ein paar Kronkorken und spiel damit an meinen Glücksautomaten. Okay, einfach deutsche Synchronisation und dann einfach eine Line ausgelassen und in Englisch dringelassen. Crazy. Hast du mir zugehört? Dieser kleine Gefallen könnte der wichtigste Moment meines Lebens werden. Und nicht nur das. Damit kannst du auch beweisen, dass du es gut mit Stan meinst. Jetzt ist Halbzeit ein paar knappe Dinger unverändert. Okay. Ganz recht. Und denk gründlich darüber nach, was du tust. Was es bedeutet. Dass die Ratte Antonio... Joey muss mal dringen, den Keller haben wir fallen. Geil, ich wünsche ihn immer mal spielen jetzt. Was soll ich ohne funktionierenden Fernseher mit meiner ganzen Freizeit anstellen? Was geht ab? Triff eine Abmachung mit Stan. Wir liefen haben es gut. Was würde ich nicht für etwas blut? Danke dir, Dampfi. Wünsche ich dir auch schönen Abend noch. Schankedön. Ich brauche ein fettes Sandwich. Das kann ich jetzt auf jeden Fall übersetzen, Chad. Alter, sagst du euch Services. Das Haus gewinnt immer? Tja. Heute Abend nicht. Ich habe meinen Glücksbringer dabei. Vielleicht sollte ich zu den Munis gehen. Und zur Abwechslung mal was Nützliches machen. Bürgermeister Tim hält sich für den Anführer von AC. Zisch ab, ich bin kein Besucher. Alter, fahr mal irgendwen um. Was soll ich ohne funktionieren? Das hier ist wie das Paradies. In die High Rollers Lounge. Hacks to Speech geht nicht. Also bei mir zumindestens. Sollte eigentlich gehen. Aber es kann sein, dass die Seide wieder backt. Das ist der angesagteste Ordinary. Und? Wie lief's? Komm schon. Sag, dass der Jackpot mir gehört. Äh. Alle meine Entschen schwimmen auf dem See, schwimmen... Was? Manipuliert? Du meinst all die Jahre... Die ganzen Kronkorken? Wie kann das sein? Vielleicht brauche ich einen neuen Glücksautomaten. Ich hab ein paar mit Schraubenziehern gesehen. Die bringen mir doch garantiert Glück. Jemand scheint die Leute von Ihnen und damit von den Gewinnen fernhalten zu wollen. Was sagt dir das? Alter. Also, danke für deine Hilfe. Schon eine winzige Rolle in Stans großem Plan einzunehmen, ist etwas, worauf man stolz sein kann. Und ich denke, es bereitet dich gut auf die Kostprobe vom Besten unserer Stadt vor. Aber zuerst musst du dich als vertrauenswürdig erweisen. Tu was für die Familie und du wirst belohnt. Verärgere die Familie. Und du kommst auf unsere Abschussliste. Also. Ein junger Entertainer namens Zade hat neulich aus einem unserer Läden Blut geklaut. Er hat heute Abend einen Auftritt. Wer unsere Regeln missachtet, verwirkt sein Recht auf Sorglosigkeit. Du willst was vom Blut? Dann versau die Show und verklickere Zade, dass er nie wieder einen Gedanken daran verschwenden soll, uns zu beklauen. Okay. Wow. Mein Vater war ein gemachter Mann. So wie sein Vater und dessen Vater vor ihm. Warte. Was hat der Vater davor gemacht? Klingt als würden. Das ist deine beste Chance an Zade ranzukommen. Sobald du zuschlagen kannst, hast du frei. Wir treffen uns nach der Show draußen. Kapische? Aber, was hat der Vater davor? Vielleicht sollte ich zu den Munis gehen und mal was machen. Wir treffen uns nach der Show draußen. Kapische? Hier ist das Paradies. Wann der Don sich wohl wieder in der Öffentlichen... Wann der Don. Oh, okay. haben sie ein bisschen zu lange auf dem bus gewartet die guten hier naja der bus ist dann irgendwann gekommen aber ich denke mal so 30 jahre zu spät ja Hier ist er crazy. Cool. Wie wird man gemacht? Bring ich einfach jemanden um und werde dann rekrutiert? No. Was muss man tun, um Teufelsblut probieren zu können? Ich bin nicht reich oder berühmt. Noch nicht. Warst du mal außerhalb der Stadt? Glaub mir, da willst du gar nicht hin. Warst du schon im Aquarium? Einfach eine Werkbank mitten im Nichts. Das Leben entfaltet sich. Leuchte wie ein Stück. Willkommen! Willst du verblüfft, geschockt und unterhalten werden? Tja, als unser glücklicher 13. Gast bekommst du heute Abend all das und mehr umsonst. Herzlichen Glückwunsch! Die Munis könnten mal ein Wunsch einstellen. Du wirst... Geh bitte die... Wir sind heute Abend... Ohne... Ihn hier! Theater, hä? Was ist der Zauberer, oder was? Ich mach, dass der... Ich kann zaubern, dass der ein Loch im Kopf hat. Ich hab schon voll die Mafioso-Gene hier. Ich bin voll drin. Ah, sieht einladend aus. Voll was los hier. Jede Sekunde ohne Lachen bringt uns dem Toten her. Die Seele ist überdimensioniert, nicht der Schuh. Hätte ich nur eine Blume für dich. Alter. Wo ist er denn? Ah, hier. Hier ist der Megastar. Oder auch nie. In einer stillen Welt sind wir die Pantomimen. Echt jetzt? Der will dich bestimmt bescheißen. Ich sag's dem... Ey, wirklich? Timpels! Bist du endlich da? Zu spät bei der Premiere? Wer hat dich eingestellt? Ich? Wir werden den Massen mit ihren grausamen, geifernden Mäulern zum Fraß vorgeworfen! Oh, geh endlich auf die Bühne! Sie warten auf deine Eröffnungsnummer! Mich darf so niemand sehen! Nicht nur eine Show! Ein Meisterwerk! Eine unauslöschliche Erinnerung! Los! Bevor unser gehierendes Publikum durchdreht! Mache Dürer auf! Die Seele ist überdimensioniert, nicht der Schuh! Heißt als Opener bitte den Lustig! Meine Damen und Herren! Ich zeige euch den Magikon! Der Super-Magikon! Den... Star-Clown! Dieser irre Postenreiser schreckt vor keinem guten Geld zurück! Nicht mal auf eigene Kosten! Aber seht selbst, was ich damit meine! Ich bin Asbest, der Clown! Twinkle Frown, der stets breite Clown! Super! Welches Kommando hast der Hund aus Luftballons am meisten? Platz! Der Zirkusdirektor ist außer sich vor Wut! Er hat seine Tochter beim Clown erwischt! Alter, mich haut es ja aus dem Latschen-Chat, ne? Gestern Abend habe ich einen Kannibalen getroffen! Hm! Dem schmeckte ich zu komisch! Ah! Der... Wir nähern uns schon! Wir nähern uns! Ich kenne keine Witze! Was steht auf dem Grabstein des Clowns? Jetzt ist Schluss mit lustig! Komm, der ist schon... Der geht schon! Der geht schon! Also ich sag dir, wir steigern uns! Chat, wir steigern uns! Ich musste neulich zum Arzt! Zum Glück war es nichts Ernstes! Wir sinken wieder! Wie nennt ein Clown sein gefiedertes Haustier? Spaßvogel! Ich hasse es, wenn man mich ansieht! Ich bin nicht lustig! Ach ja! Nichts recht den Appetit eines Clowns mehr an als herzhaftes Lachen! Ein hungriger Clown tänzelt und tollt, um sein Lieblingsessen zu bekommen! Mit Eifer von seinem fröhlichen Anführer geliefert! Heißt diese kicherte Clownsschar willkommen! Und erlebt ihren frohgemuten Fressflash! Wo bleibt meine Torte? Hä? Oh nein! Die Kalorien! Oh! Huch! Entschuldigen Sie! Das wäre ja fast in die Hose gegangen, meines Erachtens! Einfach einen Kopfschuss gegeben! Ach! Mir stellt der Kuchen bis zum Hals! Wo ist die Sahne dazu? Oh! Das ist schon mega, die Steuerung! Na los! Und jetzt! Ein Klassiker! Mit explosivem Touch! Erlebt wie dieser geschickte Spaßmacher mit scharfen Granaten juggliert! Alter, was für ein Ding! Oh mein Gott! Ach! Was ist hier los? Hey, macht doch Spaß! Findest du nicht? Oh! Das tat bestimmt weh! Wir verteilen später Handtücher, um das Blut wegzuwischen! Applaus für unseren Star-Clown! So ein Scheiß! Du! Was machst du hier? Ähm! Können wir da reingehen? Dann zeige ich dir das! Was machst du hier? Ich weiß, dass wir das alles gar nicht wissen sollen! Aber es ist, wie es ist! Ich war hier mal der Star! Und ich verdiene wieder einer zu sein! Das ist meine Bühne! Ich stoße dieses aufstrebende Sternchen herunter, um der Stadt zu zeigen, was sie eingebüßt hat! Jedenfalls hatte ich das vor! Oh! Deine Anwesenheit bringt meinen Plan durcheinander! Dann verstehst du auch, warum ich das tun muss! Es ist meine einzige Chance! Sonst war's das! Ach! Unsinn! Die haben sich immer über mich beschwert! Mich eine Diva genannt! Vincenzo sagte immer, ich solle ihm beim Arbeiten nicht im Weg stehen! Für sie bin ich eine Versagerin! Sie zeigen keine Wertschätzung! So ist gut! Ah! Ah! Familie! Ich wusste mal, was das bedeutet! Aber nichts wird jemals genauso, wie man es sich ausmalt! Probieren sollte man es wohl trotzdem! Oder? Im Showgeschäft habe ich immer alles versucht! Ist das Evelyn Russo? Der lebende Schandfleck? Das muss ich Mutter erzählen! Sie hetzt dir die ganze Stadt auf den Hals! Heuer schießt dir ein Loch im Kopf! Stopp! Komm zurück, du elende Dreck! Oh, Scheiße! Hätte nicht gedacht, dass sie so schnell Alarm schlagen! Oh! Nun, es wird nicht lange dauern, bis alle Entertainer auf der Promenade mit Macheten hinter mir herjagen! Aber bevor ich gehe, kann ich dir wenigstens helfen, Abigail zu helfen! Sag mir, was ich tun soll! Hm, schmutzige Geschäfte! Ein alter Hut in dieser Stadt! Im Schlussakt dieser kleinen Darbietung wirfst du, der Starklown, mit Messern auf den armen Zade, der vor einer bunten Ziehscheibe steht! Wenn du kein Problem mit Blut hast, liegt die Lösung auf der Hand! Wir wissen aber, dass die Entertainer es gar nicht mögen, wenn jemand schummelt! Und zufällig trägt Zade eine Schutzweste unter seinem Kostüm! Ah ja! Ich weiß, wie sich das anfühlt! Hat einen bitteren Beigeschmack! Nicht Zade und ich sind wahnsinnig, weil wir am Leben bleiben wollen, sondern die Entertainer! Du erledigst den Job! Ich muss verschwinden, bevor mich Charlots menschliche Bluthunde aufspüren! Die Warterei bringt dich doch mal um! Eine Nacht der gefühligen Klassiker! Was wären wir ohne sie? Seit Hunderten von Jahren setzt die Kunst Leib und Leben, Herz und Seele aufs Spiel! Daher nenne ich nur noch eine dreuende Gefahr am Hals! Der klinge weiche Rundung! So verlockend anschmiegsam! Assistenz! Hoheit des Gelächters! Wohlan! Verschone meine Eingeweide! Du gehst auf mich zu? So... So war das nicht geprobt! Hallo, Messer! Das ist nicht das, wonach es aussieht! Mein Kostüm! Die Schichten! Buh! Mutter! Es... Es ist vorbei! Das war's! Wie konnte ich mich nur so belügen? Alle seh'n es! Ich muss hier raus! Wo... Wo kann ich mich verstecken? Wer hat denn da meine Clowns Schuhe an? Glaubst du, mein Job kann jeder machen? Du hast mich zur Lachnummer gemacht! Geschäztes Publikum, Clowns und Entertainer! Macht euch bereit für eine unerwartete Zugabe! Diese Imitation dürfen wir nämlich nicht ungestraft davon kommen lassen! Das Feuer ist eröffnet! Begebt euch gewordnet zum nächsten Ausgang oder macht mit und lasst es krachen! Wertes Publikum! Meine neunste Sensation! Ich habe Köpfe von Clowns verschwinden lassen! Abrakadabra! Simsalabim! Drei, vier Schüsse! Und der Kopf war dahin! Hehehehe! Eieiei! Komm, Progat! Der war jetzt aber gut, oder? Es war besser als die Witze von dem! Ich bin mal raus für heute! Viel Spaß noch! Und später eine gute Nacht, Koki! Das wünsche ich dir auch! Dankeschön! Vielen lieben Dank, dass du da warst! Und bis zum nächsten Mal! Zeig mir, was in dir steckt! Den Spruch finde ich auch schon immer gut! Vor allen Dingen, wenn du mal im Bordell warst! Naja! Okay! Ich muss jetzt hin! Zu der Frau! Geiler Anzug! Ich habe davon gehört! Die Entertainer werden ihn lünchen! Es wäre netter gewesen, ihm ein, zwei Gliedmaßen abzutrennen! Wie versprochen! Eine wahrhaftige Kostenprobe des Teufels! Erzähl bloß nicht rum, wo du das her hast! Bei Stan läuft alles ordentlich ab! Habe ich nicht eben gesagt, dass ich ordentlich arbeite? Selbst wenn es wahr wäre, dass eine Maus die Familie zu unterwandern versucht, die sich mehr herausnimmt als gut für sie ist, würde ich dir nichts darüber erzählen! Natürlich nicht! Ich würde dir nicht erklären, wie nutzlos es wäre, der Kleinen nachzujagen! Wir bräuchten einen echt guten Grund, um die Jungs so weit wegzuschicken! Und sie ist keiner! Siehste! Nichts davon würde ich dir erzählen! Und deshalb können alle auf Stan zählen! Mhm! Verstehst du? Nachdem man mir was erzählt hat, sagt er, ich würde nichts erzählen! Und vergiss nicht! Kapische! Kehre zum... okay! Jede Menge Touristen hier! Als hätte es gar keinen Krieg gegeben! Kann ich jetzt einfach so über die Map zurücknehmen, ne? Draußen die Apokalypse! Hier drinnen das Paradies! Naja, fast! Doch, kann ich! Verrückt! Wo soll ich denn jetzt hin? Rosengarten? Wo war denn das nochmal? Hier oben, ne? Wo war hier? Oh, so warm! Brogald, wie ist das Wetter bei dir? Der Manni! Spielt ja wie der Call of Duty! Der kann es auch nicht lassen, hä? Der Manni! The Rosengarten! The Rose Room! Atomic Fun Cocktails Music! Richtig heiß! Ich weiß ja nicht aus welcher Ecke du kommst, aber es ist halt wirklich die... die... die Wärme hier bei uns in Deutschland ist... Die werden mich holen, komm! Sag, dass du die Dosis hast! Du bist ein Engel! Hier Abby! Runter damit! Wenn! Mom! Und... Wer bist du noch gleich? Alter! Oh! Das ist... gut! Okay! Ja, es ist alles... Wunderbar! Wirklich... Super! Aber... Aber... Die kannst du in der Ecke stellen! Das ist doch vorübergehend! Wir müssen eine Lösung finden! Ein Gegenmittel! Du hast damit angefangen, Apps! Weißt du, wie du davon runterkommst? Tja, das hätte Dad mir vielleicht erklärt! Hätte er mich nicht ausgebotet! Aber das ist Schnee von gestern! Aber jetzt ist alles paletti! Wir sind in West Virginia! Ein Neuanfang! Keine Aufträge mehr! Weg von Dad! Jetzt ist alles... Alles... Jetzt ist alles... Gut! Ganz sicher! Dad! Ich habe schon versucht, Antworten zu allem Möglichen aus ihm herauszubekommen! Aber wenn er etwas über das Teufelsblut weiß, dann muss das noch irgendwo in ihm stecken! Vielleicht hast du mehr Glück als ich! Ich weiß, es ist unangenehm, aber... Würdest du mit ihm sprechen? Hey! Danke! Ohne dich wäre meine Schwester tot! Abigail? Geht es dir... gut, Schatz? Wäre ich? Okay! Mich das echt? Natürlich, mein Schatz! Wir helfen dir aus diesem Schlamassel heraus! Wenn jemand weiß, wie man sich aus der Affäre zieht, dann deine Mutter! Mal sehen, wie die nächste Mission heißt! Eine Frage der Ehre! Aber alles zu seiner Zeit! Ja... Das werden wir! Oder? Ah... Danke, Mom! Eine Frage der Ehre! Eine Frage der Ehre! Eine Frage der Ehre! Sprich mit meinem Vater! Ich kümmere mich um Abby! Na? Ich will gar nicht mehr mit euch jetzt arbeiten! Ich will weg hier! Wo ist denn dein Vater? Was stinkt hier so barbarisch? Ich hatte Vincenzo doch aufgetragen, hier richtig sauber zu machen! Bäh! Oh! Du bist's! Wer warst du nochmal? Karl-Heinz! Du hilfst der Familie! Gefährliche Arbeit! Hoffentlich nimmst du dich in Acht! Schon Glück, so eine Abhackliste! Klug! Hab ich mir angefertigt, ja! Naja, ist ein bisschen einfacher, übersichtlicher für mich, weißt du! Bei der kracht's ja gewaltig im Stübchen! Ja! Wie? Probleme? Sie... Ich... Hätte ich doch nur... Ähm... Hätte ich doch nur mehr Zeit... mehr Zeit mit ihr verbracht! Was ist dieses leuchtende Gebräu, das hier alle trinken? Nuka-Schat... Happy! Schatz! So ein starkes... Kind! Was Dad wohl weiß? Steht's immer noch 1-1 zwischen England und... Also, was hat Dad gesagt? Irgendwas Verständliches? Was machen wir? Dad! Er ist also nicht ganz abgedriftet! Beruhigend! Oder ärgerlich! Ich hatte noch keine Zeit, mich zu entscheiden! Wenn er uns nicht hilft, brauchen wir ein Ave Maria! Denk ich auch! Seit Abby Dad erwähnt hat, habe ich versucht, mich daran zu erinnern, was er mir gesagt haben könnte! Er hat immer Geschäftsausflüge ins Stadtzentrum gemacht! Das ist Gebiet der Verwaltung! Also, passte das nie so ganz ins Bild! Er meinte, er hätte dort ein Lagerhaus! Aber ich fand nie heraus, welchem Zweck es diente! Wenn er wirklich mit Teufelsblut zu tun hatte! Dann vielleicht auch dieser Ort! Vielleicht ein Lager der Familie? Wenn wir Glück haben mit einem Gegenmittel! Daher fährt's jetzt wieder nach Atlantic City? Freut mich! Ich weiß, es ist weit hergeholt, aber es wäre auch ein Anfang! Alles klar! Wir müssen deinen Vertibird nochmal ausleihen! Diesmal begleite ich dich! Wir fliegen ins Stadtzentrum und ich stelle den Kontakt zu einer alten Freundin her! Sie dürfte wissen, wie es dann weitergeht! Gibt's hier einen Songwriter? Sonst müssen wohl meine eigenen Gefühle als Inspiration herhalten! Grässlich! Ecke für Holland! Ich kann ja schon gar nicht mehr gewinnen, ne? Die sind über 10 Punkte voraus bei mir! Vorarbeit! Wir müssen Abbie irgendwie helfen! HENKFkien Wieder nach Atlantic City, ne! Das war's. Oh, Radar. Okay. Mal sehen, ob sie meinen Pfeifen noch erkennt. Das hatte ich nicht erwartet. Mal sehen, ob sie meinen Pfeifen noch erkennt. Der starben wird... Das war... Ich dachte, ich höre dieses Pfeifen nie wieder, Winn. Aber es klingt so gut wie eh und je. Danke, Slone. Du dachtest bestimmt, du wärst meine dürftige Treffsicherheit los, als ich ging. Ich wollte dich eigentlich überhaupt nicht loswerden, aber... Ja, das dachte ich. Hm. Mal sehen, was Slone zu sagen hat. Schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Obwohl ich deins nicht kenne. Was führt dich wieder nach Haisi, Winn? Hast du jemand Neuen für mich? Ich möchte dich um etwas bitten. Erinnerst du dich an die Berichte über die Familie, die bei uns rumgeschnüffelt hat? Wir wollen sie finden. Die Familie? Halt dich von der Fern, Winn. Gib nur Ärger. Warum suchst du diese Gangster überhaupt? Hat deine Begleitung dich da reingezogen? Das bedeutet hoffentlich nicht das, was ich glaube. Abby ist auf Teufelsblut. Wir wollen ein Gegenmittel finden. Die Mafia geht im Bezirk ein und aus. Frag mich nicht, wie. Der perfekte Ort, um Camps zu verstecken. In einem gefährlichen Teil der Stadt gelegen, weit weg von ihrem geliebten Casino. Wenn sie hier ein Lagerhaus haben, finden wir vielleicht eine Spur. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Winn, es tut mir leid. Ich will ja helfen. Muss aber zuerst meine eigenen Probleme lösen. Ich bin nur hier, weil mein Trupp im Kampf gegenüber Wucherte zerstreut wurde. Viele meiner Leute sind noch verschwunden. Ich muss sie finden. Aber das Gebiet ist ziemlich groß. Mit dir haben wir die beste Chance, das Lagerhaus zu finden. Wir helfen dir. Gemeinsam finden wir deinen Trupp und du kannst dich erkenntlich zeigen. Wirklich? Bist du sicher? Abby braucht dich. Wie gesagt, wir brauchen dich. Außerdem kann ich meine alten Kameraden nicht sterben lassen. Ich werde dich nicht abweisen. Aber hoffentlich machst du das nicht nur aus einem fehlgeleiteten Schuldgefühl heraus. Und du? Bist du auch so gut und selbstlos wie Mr. Russo hier? Denkst denn du? Nicht verkehrt. Gut, dass noch jemand dabei ist. Okay. Ein paar meiner Kadetten sind auf der Straße bei deinem behelfsmäßigen Landeplatz unterwegs. Hilf dort denen, die du findest. Vin und ich gehen und helfen den anderen. Triff uns nahe dem Rathaus, wenn du fertig bist. Ich habe eine Vermutung, wo wir das Lagerhaus finden könnten. Viel Glück. Ich glaube, am Freitag spiel ich mal wieder COD. Morgen vielleicht nochmal hier. Ist das schon wieder höhere hier? Ja. Morgen nochmal hier. Ja. 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 ich hatte sie gekriegt mit mehr munition da oben ob das eine bärenfalle geht es mir gut weiter Was kommst du auf einmal her? Danke, du hast mir das Leben gerettet. Ich weiß, ich bin halt auch ein Guter. Geschafft! Danke, Vin. Du hast dich nach der Pause gut geschlagen. Schön zu wissen, dass ich's noch drauf hab. Danke für die Hilfe. Ich schulde dir was. Könnte mal ein bisschen schneller machen. Ich hab nicht mehr so viel Zeit. Das wär ganz cool. Puh, da kamen Erinnerungen hoch. Fehlt dir die gute alte Zeit? Die Gefahr fehlt mir nicht. Aber es ist gut, wieder ein Muni zu sein. Selbst als Ersatz. Ja. Wir müssen dieses Lagerhaus suchen. Abys Leben hängt davon ab. Abby. Die Ärmste. Hoffen wir, dass deine Vermutung richtig ist. Überprüf diese Gasse. Wir haben da bei einem Gebäudemitglieder der Familie gesehen. Ich will keinen Kampf. Also haben wir nie nachgehakt. Es könnte das sein, wonach du suchst. Wenn sie ein Gebäude außerhalb ihres Territoriums bewachen, muss es wichtig sein. Aber wie kommen wir rein? Einen Versuch ist es wert. Wir bleiben hier und stehen schmiere. Viel Glück. Mal sehen, was du drauf hast. Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Du verarschst mich doch. Niemals. Es stimmt. Und wie willst du es beweisen? Ihn irgendwie herbeizaubern? Drei Mal, denke ich. Klopfe einmal für Conchetta. Zweimal für den alten Quentino. Noch einmal, um den Verräter zu vertreiben. Dann bist du drin. Aha. Viermal also. Sie sind eine Familie. Es war das Richtige. Das sage ich mir auch. Aber ein Teil von mir glaubt noch immer, dass ich dir Unrecht getan habe. Du weißt, ich hätte dich gern... Du bist zurück. Unglaublich. Was hast du gefunden? Ich bin erstmal weg, wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Simsala, danke dir, wünsche ich dir auch. Pass auf. Das war ein Privatgespräch. Aber du tust uns hier einen großen Gefallen. Also werde ich dir mein Herz ausschütten. Ja, ich hatte Bedenken, Atlantic City zu verlassen. Ich liebte meinen Job bei den Munis. Durch dieses schaumige Wasser zu warten, endlose, überwucherten Nester zu verbrennen. Das war sehr weit von meinem früheren und derzeitigen Leben entfernt. Es hatte eine Bedeutung. Ich mixte keine Cocktails für Killer und arbeitete nicht die ganze Nacht für das verrückte Projekt meiner Mutter. Ich fühlte mich lebendig. Ich verschloss nicht meine Augen vor der Außenwelt in dem Wunsch, dass alles einfach verschwinden würde. Ich bedauere einiges. Kannst du dir sicher denken. Ich... Ich... Ich weiß. Das sage ich mir auch. Jeden Tag. Äh... Genug von mir. Was hast du in dem Lagerhaus gefunden? Dann... hatten wir Recht. Ich kann es kaum glauben. Ich glaube, ich kenne das Gebäude, das du meinst. Es gibt Berichte über Leute, die in der Gegend sind. Aber hier sind so viele Überwucherte, dass ich das verworfen habe. Das war dumm. Sehen wir mal nach, was da ist. Vielleicht können wir ja reinschleichen. Der ist jetzt so arsch langsam. Der ist jetzt so arsch langsam. Das war so. Das spielt so prowl. Das ist igual. Was ist das? Was ist das? Aber könnten wir den Fluss nicht umkehren und die Familie durch den Druck rausspülen? Mit den richtigen Anpassungen können wir genug Wasser reinpumpen, um Wachen auszuschalten und eine Lücke zu schaffen. Jetzt, wo du's erwähnst. Wir hatten mal einen Vorfall, bei dem ein Neuling die Ventile vertauscht und ein paar Überwucherte in den Orkus geschickt hat. Ja, wir sind so nah dran. Es wird funktionieren. Der Plan ist gut, Vin. Aber das war's dann jetzt für mich. Wenn ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung erwischt wird, wie er ein Gangsterversteck angreift, könnte das den Frieden gefährden. Bevor ich gehe, möchte ich dir aber ein Angebot machen. Komm zu uns zurück, wenn das alles erledigt ist. Abys Heilung hat natürlich Vorrang. Aber es ist offensichtlich, dass dir der Job fehlt. Wir nehmen dich zurück. Ich setze alle Hebel in Bewegung. Was denkst du? Ich wusste, dass das kommt. Aber was soll ich sagen? In meinem Herzen bin ich ein Muni. Aber ich hatte meine Gründe. Meine Familie braucht mich. Unbedingt. Wenn ich nicht für sie da bin, werden aus ihr Raider, Ghoule oder Schlimmeres. Und das meine ich nur halb im Spaß. Ich muss nachdenken. Ich werde es ernst nehmen. Versprochen. Das weiß ich. Tut mir leid, dass du dich wieder entscheiden musst. Aber es wäre richtig, wenn du zurückkehrst. Denk darüber nach. So oder so bin ich für dich da. Viel Glück, Vin. Okay. Konzentration. Zurück zum Geschäft. Knifflig. Für die Flussumkehr müssen wir die Ventile in der richtigen Reihenfolge drehen. Die Ventile haben Nummern. Die richtige Reihenfolge müsste 3, 2, 4, 1 sein. Kannst du dir das merken? Okay. Dann versuchen wir es. Hi. 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 Drei. Zwei. Boah. Vier. Eins. Wir nie wissen. Auge! Um Auge. Alter. Habefele die Knorre. Die reinste Kugelverschwendung. Ich werde dich finden. Komme, was wolle. Was von dir kommt, kriegst du dafür zurück. Kann der mich eigentlich wieder beleben? Nein, das habe ich nicht aufgepasst. Ach du Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Boah, wo war das denn jetzt? Ach du heiliger Bimber. Da hinten. Okay. Radio kills the radio storm. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do. ich würde sagen never change a winning weapon schön dass du unter da bist Pimmelberger du machst ja gar nichts Pimmelberger Pimmelberger Boah, ist schon wieder. Der Plan hat Funktion. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob es hier irgendein... Aber sag mir vorher noch eine Sache. Wenn das alles vorbei ist, soll ich dann hierher zurückkehren? Das Geschäft verlassen und mein... Das ist es wohl. Es ist nur schwer, damit klar zu kommen. Ich habe einen anderen Weg gewählt. Ich war nie jemand, der für... Als mich meine Familie bat, kam ich zu ihr zurück. Das schien mir einfach richtig zu sein. Ich weiß nur nicht, was das gerade ist. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ziemlich... unverblümt. Aber das weiß ich zu schätzen. Vielleicht... muss ich mir selbst Priorität einräumen. Du hast mir einen Denkanstoß gegeben. Danke. Also... Offenbar gibt es hier noch einen... Na, wen haben wir denn da? Ah, das sind Sterben, ey, ne? Weg. Schrott. Hey, hey, hör zu. Ich arbeite hier nur. Ich will nicht noch mehr Ärger. Nimm, was du willst, aber... Tu mir nicht weh. Ich? Ich bin Jean. Ich koche Blut für die Familie. Nicht meine erste Wahl, hat aber Vorteile. Moment mal, warum antworte ich dir überhaupt? Ein Mittel gegen... Die Info ist geheim. Da musst du mir schon ein Angebot machen, das besser ist als die Kniescheiben, die ich dann verliere. Und weißt du, wessen Leben ebenfalls auf dem Spiel steht? Ich... Hör zu. Das würde ich ja. Aber ich kann kein Gegen... Ich hab nur synthetisches Material. War nicht immer so. In guten alten Zeiten, bevor ich wie eine Laborratte eingesperrt wurde, haben wir eine... Aber mit dieser Verbindung kannst du ein Gegenmittel herstellen? Tja, wenn ihr es besorgen könnt, vielleicht. Das weiß nur der Erfinder. Und der ist weg. Konchetta Lombardi trieb ihn ins Exil. Lombardi! Wenn du also nicht weißt, wo sich Tony Russo versteckt, kriegst du dann Heilmittel. Meinen Vater? Verdammt, Dad. Ich wusste, du hast was damit zu tun. Eins, zwei, England. Warte. Tony ist dein Vater? Oh Gott. Oh Gott. Wir müssen meinen Vater nochmal besuchen. Senil, hin oder her. Senil? Oh Mann. Hat bis zu seiner Flucht Befehle gegeben. Nicht die geringste Spur von Vergesslichkeit. Er hat dich hinters Licht geführt, Vin. Er... Was? Außer... Ich hatte viel zu tun. Und ich war nicht zu Hause. War das für mich selbstverständlich? Du hast recht. Wir müssen meinen Vater zur Rede stellen. Tu, was nötig ist, damit er zugibt, dass er uns getäuscht hat. Oder finde was, das zu einem Heil... Ich weiß, das war nicht einfach. Aber danke nochmal, dass du das getan hast. Wir treffen uns zu Hause. Bitte. Also... Ist alles gut? Ja? No, no. Alles gut. So, das war's gleich. Die Sünden des Vaters kommt jetzt. Danke, Mad Max. Hab ich was verpasst, Leute? Habe ich was übersehen? Habe ich was übersehen? Okay. Du bist überladen. Was hab ich denn schon wieder für einen Scheiß? Okay. Die Sünden des Vaters ist die Quest. Die Sünden des Vaters. So, die haben wir auch geschafft. Die Sünden des Vaters. Okay. Bündnis mit Foundation. Das dauert ein bisschen länger. Offizier an Deck dauert auch länger. Und ich bin der Tod soll ja die letzte offizielle Mission sein. Hauptmission. Das bedeutet, eine Atombombe zu starten, ne? So, hab ich das jetzt gehört. In der Not steht noch gar nicht da. In der Not hab ich hier noch gar nicht, oder? Nee, muss ich auch noch aufschreiben. Entschuldigung. In der Not. Sonstiges. Sprich mit Mac über Vault 76. Aber ist das sinnvoll? Naja. Gut, machen wir heute nicht mehr. Ich mach jetzt aus. Ich spreche jetzt auch nicht mit dem. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich denke mal, ich spiele morgen nochmal Fallout Jet. Und am Freitag dann würde ich aber mal wieder COD spielen. Ob nun Zombie-Modus oder Public Multiplayer oder Battle Royale. Das werden wir sehen. So ist auf jeden Fall der Plan. Mit Mac ist Einbruch in Missionen war drei... Achso, okay. Gut. Irgendeine Mission... Bei irgendeiner Mission kam auch die Warnung, wenn ich die mache, komm ich nicht mehr zurück. Also scheint ja eine ganz wichtige Mission zu sein. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt die war. Mit der Mac, das weiß ich nicht. So. YouTube! Ich verabschiede mich schon mal von euch. Falls ihr wieder bis hierher geschaut habt, vielen lieben Dank. Diese Folge kommt am Freitag raus. Also wir waren jetzt zwar parallel live auf YouTube und auf Twitch, aber ich mache die Folgen ja immer nochmal separat, nur mit Gameplay am Freitag soll die dann kommen. Genau. So ist der Plan. In dem Sinne, YouTube, ich bedanke mich fürs Einschalten und wünsche euch noch eine schöne restliche Woche. Dankeschön. Am Ball bleiben.